So und damit willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Wir werden uns um die Mission von John Masken kümmern. Wollen wir doch mal gucken. Ach da bist du. Ja. Wollen wir mal gucken. Wir sollten Öl besorgen. Denk ich mal. Ich. Glaube. Es. Oh Moment, 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 Moment. Könnte das sogar... Hä? Was? Was macht denn der da? Na egal. Es geht mir um diese Stelle. Tasche. Nein, da war die Falsche. Dann war es die. Ach, verdammt. Hm. Ne, ist es doch nicht. Da oben sind keine Bäume. Ja, ich weiß, wo du bist. Habt ihr? Du hast ihn. Habt ihr das? Du hast es perfekt. Und warum entweder hat das Spielgrad ne Macke oder ich hab falsch verkabelt. Ich weiß, ich höre es nämlich von rechts, aber er ist links. Na gut. Sekunde. Gut. Äh, ich hoffe, es klappt jetzt soweit. Ist natürlich nur die Frage. Na, hab ich nix mit Orientierung? Ah. Jetzt weiß ich nicht, ob es so war. Weil ich das viel nicht sehe. Was qualmt denn da oben? Oha, ist das weit weg. Na gut. Damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Ich muss mir das echt mal merken. Oh man, was für'n Arsch. Warum? Warum will uns keiner? Was haben wir denn da für Viecher? Na, ich glaub, ich sollte echt mal so'n kleinen Jagdausflug machen, mal in der nächsten Zeit. Wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ich denke mal, wir müssen hier hin. Auf die Gebäude, die wir da grad eben gesehen haben. Also, falls ihr euch wundert, schaut das Mikro jetzt mal anders. Gucken wir uns mal um. Gucken wir uns nochmal um. Gucken wir uns nochmal um. Ich würd' sagen, wir gucken uns mal um. Reiten dann weg. Werden bis zur Nacht schlafen. Und... Was? Okay. Wir dürfen also erst gar nicht hier hin. Das heißt, wir müssen uns einen höher gelegenen Ort suchen. So, das sieht doch ganz gut aus hier. So, ich möchte... Das Ding werden wir auf jeden Fall einpacken. Wir haben also auf jeden Fall Wachen. Ich glaub, den Bogen sollten wir auch mitnehmen. Und jetzt... Camp errichten. So, mal gucken. Können wir irgendwas kochen? Explosiv Munition. Lohnt sich gar nicht. Okay. Wir schlafen bis zur Nacht. So, Lager abbrechen. Wir wollen ja auch... Na ja. Ja, geht schon mal super los. So, Lager abbrechen. Das war's für heute. Das war's für heute. Will ich eigentlich jetzt töten? Eigentlich eher weniger. Ah, verdammt. Ich bin ein Idiot. Ja, ich bin dämlich. Ich hab vergessen, dass man dann noch mal drücken muss. Beziehungsweise nicht drauf geachtet, eh auf die Karte geguckt. Also gerade ehemalschen umgenietet hab und irgendwie dachte ich, joa. Wird umgenietet, dann ist gut. Ach, der eine Wagen ist da hinten abjauern. Ja gut. Dann holen wir uns den doch einfach. Das ergibt keinen Sinn, aber hey, warum nicht? Kommt der Pferdchen jetzt nicht mit? Na komm. Kommt der Pferdchen. Ja, ja. Wo geht's denn am besten lang? Komm, mach mal. Komm, mach mal. Komm, mach mal. Komm, mach mal. Der macht auch richtig Spaß zurückzugucken. Wäre natürlich geil, wenn man noch ein bisschen so mit dem linken Stick einfach ein bisschen... Hier lang? Ich habe jetzt auch den linken Stick rumgedrückt, dann steuert der ja. Bin ich noch richtig? Die haben wir nicht. Ach komm, ich bin jetzt gleich da. Ja. 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 Ja, vergeigt, aber okay. Wiederholen? Nein. Da hab ich ehrlich gesagt gar keine Lust drauf. Ernsthaft? Jetzt müssen wir wieder zurück, weil der ja doof. Da krieg ich die Krise bei dem Kerl. Das ist so. Nö, du darfst leben. Ich weiß grad gar nicht. Ein Reparantiergewehr. Okay. Aber du darfst weiterleben. Gibt es hier eigentlich noch andere Tiere? Ich seh nix. Ein Warmintgewehr. Okay. Komm schnell! Willst du mich verarschen? Wo bleibst du? Okay. Das war's für heute.